Hallöchen Leute, willkommen zum fünften Part meines Let's Plays, Street Fighter 5. Ich bin Davin, ich begrüße euch ganz herzlich hiermit zurück. Machen wir weiter mit Birdie, Extrem Hunger, der dickköpfige Flüchtling. Schädel und Bass ist da. Dammit, was für unsere Leute sind sie? Warum können sie schon ein Blöken brechen? Ich bin fertig mit diesen Leuten. Hell oder hohe Wasser, ich werde sie von hier entfernen. Wie schuldig hast du das? Du hast die Ehre, um Herrn Bison zu servieren, für etwas wie das. Yeah, wieder 30 FPS, aber jetzt geht's wenigstens wieder hoch. Meine Güte, ich liebe es. Wow. Was kannst du eigentlich, du Dicker? Wow. Wow, ein schöner Dropkick, den kannst du auf jeden Fall. Okay. So, okay. Ich muss jetzt mal gucken. Was haben wir? Bullhead. Okay. Hanging Chain. Okay. So. Okay. Und boom, Headbutt. Sehr schön, nur Nahkampfangriffe kannte er. China. Ich bin sicher, dass sie mich so weit folgen werden. Aber, blöde hell, ich bin starving. Ich brauche, dass ich etwas essen muss. Du! Oh, Chun-Li! Huh? Chun-Li wartet auf uns. Oder haben sie dich gefreut? Ich habe mich nicht gefreut. Du bist unter Arrest. Geh runter! Jo, genau, so kann man das auch machen. Alles klar. Cool Aktion. Kann man echt nicht meckern. Jo, komm. Ah, sehr schön. So, komm. Ah. Ah, verdammt. Okay, Headbutt. Machen wir mal Headbutt weiter. Ja. Sehr schön. Ja, manche Charakter sind es halt überhaupt nicht für mich. Jetzt ist meine Chance, zu rennen. Hey, geh zurück hier! Gansuki anwesend. Gegen Kern bestimmt. 100%. Oh, das ist ein bisschen eine größere Ladesequenz, so wie es aussieht hiermit. Oh, das hat aber auch lange gedauert, bis uns mal die Punkte dargegeben worden sind. Mein lieber Jolly. Oh mein, ich habe mir scheint, deine Gesichter zu erinnern. Was machst du hier? Das ist nichts von deinem Geschäft. Okay, Karin ist die nächste im Bunde, die eine auf die Fresse will. Wunderbar. Sehr gut. Zack. Komm. Ah, verdammt. Jetzt hat es geklappt. Ah, verdammt. Komm, komm. Greif sie. Greif sie. Sehr gut. Und jetzt in die andere Richtung. Wunderbar. Wunderbar. Ich erwartet nicht, dass du so gut bist. Hey, wie hast du dich nach dem Angriff gespandert? Oh, 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 oh. Du machst gut, dass du mich nicht überraschst. Du bist ein Shadaloo-Henkund. Und ich finde es nicht schwer, die Aron-Bücher zu verhindern. Ich bin nicht mehr Shadaloo. Ich bin nicht mehr. Du bist ein Mitglied von Shadalou. Du musst die politiken, die ich in der Lage bin. Du bist wirklich gegen Shadalou? Hmph, ich bin sehr beeindruckt. Ich möchte dich um ein Guest von der Konzuki-Familie sein. Ein Haus-Gest? Das bedeutet, dass ich für frei essen kann? Wenn du meine Orte gehst, wenn du es brauchst. Oh, sicher! Wer möchte ich mit Trashen? Bitte kümmern ihn. Betreuung ist Proof eines unkampelten Lieders. Wenn dieser Mann mich betreuen würde, würde er nur von meiner Unwahrheit sein. Jetzt, um dich zu versuchten, leckst du den Trashen aus. Der Konzuki-Ryu 100-Mann-Kumite! Was? 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 Was in der Hölle? Oh! Oh! Was? 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 Alles klar. Okay. Erstmal muss ich mir die Befehle angucken. Gucken so. Kick. Ryo. Okay. Alles klar. Tenko. Ach du Scheiße. Oje. So komm. So komm. Ah. Äh. Das sind halt richtig doofe Aktionen, die sie drauf hat. Irgendwie schon fertig. So. Irgendwie sitze ich schon sau doof. Irgendwie merkt man, dass ich eigentlich schon mit den uralten Charakteren klarkomme von Super Street Fighter. Ja. So. So. This is a proper warm up. Shibasaki. Miss. We've received a report that an old man who fights with his dominant hand sealed was seen in India. It is highly likely that this is the master of Senjutsu who was locked into battle for three days with your grandfather, Master Kanzuki of 100 years ago. Fighting with a legendary hermit. The thought excites me. Prepare for departure. Yes. Now. We press on to India. But. We just got here. Hmm. Indian. Dasen. I don't see. I don't see. The focus will be to teach you how to teleport your mind, spirit and body to a different place. Hmm. This should be the right place. Hello. So nice to see you. What brings you here? You are far from home. Shibasaki. Yes. We received news. A master of Senjutsu was sighted near here. Would you know anything about it? Ain't he the super guy? He is floating. I'm afraid it is not me. Senjutsu and Yoga are both very powerful vehicles in seeking the truth. While their values are similar, they still differ greatly. I could feel all of these differences at the time when I encountered him. When was this? Just a few days ago. But I'm sure he has long since left this place. I do not sense his presence anywhere near here. Shall we pursue this? No, it looks like our timing was a bit off. We'll leave it for now. He'll come to us soon. Powerful forces attract like magnets. But. There's a equal challenge right here in front of me. I can't turn my back on such an opportunity. Please wait. You're not serious. Myца! How long can I do this, DRAGO? It's been so many rounds that I've lost. This is a secret technique created from Hadou. A wellspring of fighting will towards any challenge. The Kanzuki Ryu Kata of ungritable insistence. Eh? Sie ist so jung, Miss Karin inspiriert uns alle. Oi, are you Minto? Das ist sie. Du hast es gemacht. Dann bitte... Die Essence von Yoga. Du hast deine Mastery gemacht. Und dein Skill weiterentwickelt. Dein Pure Fist ist ein Gift. Du solltest weiterentwickelt. Du solltest mich entschuldigen. Bevor du gekommen bist, ich war ein Polisemann in der Art von Teleportation. Viel Glück auf deine Reise. Ist das etwas, du kannst du, Blöck? Bitte, take care. Miss Karin? Es ist ein Schmerz, dass ich nicht mit dem Hermit kämpfe. Aber es ist Zeit, dass wir gehen. Behold! Meine Muscle of Iron! Okay. Es ist eine Schmerz. Es ist eine Schmerz. Es ist eine Schmerz. Es sieht, dass Destiny ist. Was ist eine Schmerz. Was ist ein Schmerz. Es ist so gut zu sehen. Oh, es gibt noch einige Schmerz. Es ist eine 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 Schmerz. Achein. Es ist eine Schmerz. 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 Ich weiß, dass sie da. Dann hat das bestehen. Schön, was ist es auf der Itinerary? Dann ist es mit der Linz-Village beteilig. Wir können für die Versorgungalden sein. Die Schmerzen werden in New York beermeistert. Dann verwandeln Sie die Einglikationes für die Partei. Und morgen haben wir ein Gespräch mit den Repräsentanten von verschiedenen Ländern über die Planung der Kanzuki-Space-Kollegie. Meeres Essen, Meerespiegel, Doughnuts! Ich habe nichts... Willkommen zurück! Long time no see! Oh, Miss Sakura! I was so happy to hear from your steward. I wanted to see you, so here I am. I told the Glade of Ninjas we may be running late. Is he gonna be okay down there? No, he'll be fine. I'm glad to see you. You haven't changed at all. But then, that's just the way I like it. Shall we begin? Bring it! Ja, das war der letzte Storymodus für diese Episode, Leute. Ich bedanke mich vielmals für eure Unterstützung bei diesem kurzen Let's Play. Und natürlich sehen wir uns morgen wieder, weiter bei Street Fighter V mit dem Storymodus. Einen schönen Abend noch, euer Davy. Tschüssi! Kaoske! 3